ja leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir heute für euch im test die xxl magic spin ball wirklich ein top class 1 artikel wie ich finde kennt ja heutzutage eigentlich auch schon jeder hinten steht nichts weiter drauf als was auf jeder packung hinten drauf steht nrm angaben sind hier nicht vorhanden holen wir meinen raus wirklich top class 1 artikel hier unten die beiden pfeiffer links und rechts in der mitte die cracklingkammer und die dicke zündschnur denen zum drehen bringt und den leuchtwirbel effekt macht also wirklich alles dabei womit man sich zufrieden geben kann unter dem jahr also wirklich top und dann wünsche ich euch jetzt viel spaß beim test top class 1 artikel so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.